Ja und damit herzlich willkommen zurück zu High on Alive. Wir sind ja teleportiert worden, nachdem wir ja angegriffen worden sind. Und sind auf einem neuen Planeten und vermutlich auf dem Heimatplaneten von unserer lieben Waffe. Wir schauen mal nach draußen. Ich bin schon gespannt. Oh. Okay, die haben eine ganze Stadt hier gehabt. Okay. Naja, verdammt. Ich hab mich gern umgesehen. Wie lange kann ich da überleben? Nicht sehr lange. Okay. Ja, dann gehen wir da rein. Schade. Kriegen wir vielleicht irgendwie so ein Atemding, das wir da rumlaufen können? Naja. So, und? Was sagst du dazu? Ernst du jetzt? Das ist alles, was du dazu sagst? Nääääh. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Aber eigentlich würde ich gern meiner Schwester noch... Und das Bett ist einfach voll abgefuckt. Oh Mann ey, muss das sein? Na gut. Und die ganzen Waffen tue ich jetzt beim Schlaf beobachten. Okay. Na, wenigstens ist jetzt nicht wieder so viel Zeit vergangen wie Not4Broadcast. Und woher genau hast du das? Sieht irgendwie gleich aus wie vorher. Wenigstens eine gute Nachricht. Echt so einfach? Ja, bestimmt nicht. Okay. Tschüss. Oh. Das ist wirklich einfach gewesen. Was? Was? Okay. Okay. Du könntest herausfinden, wie du mein Werkstatt benutzt hast, so zu sagen. Hey, sorry, dass ich mich unterbrechen habe. Oh ja, danke Gott. Du kamst gerade in Zeit, um mich zu retten zu retten. Ich bin, die du kamst, um zu retten zu retten. Danke. Fuck, deine Schwester, Mann. Holy shit, wer ist mit meiner Schwester? Liebe ist schwer. Was machst du hier? Ich weiß nicht, wir waren ein bisschen Angst vor dir. Oh Gott, jeder muss sich ausrufen. Wann hast du geblaset? Wann, du bist jetzt ein Schmacher? Warte, was ist das? Kamel? Marlboros? 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 Ich weiß nicht. Was ist das für dich? Was willst du? Wir möchten, dass du nach Hause kommst. Das klingt, dass du Twig und du Probleme. Nichts, dass du das Glück hast. Komm bitte nach Hause. Ich will nicht nach Hause kommen. Es ist nicht mehr mein Haus. Es ist Jeans Jack-Off-Mansion. Und es ist dein kleines Clubhaus, wo du ein paar Minuten für ein paar Minuten kannst. Between bouts of, oh, ich weiß nicht, murdering criminal ganglords. Hey, ich gehe nach Hause. Du kannst mich nach Hause nehmen. Wie geht das? Ich bin deine neue Freundin. Congratulations. Ich bin deine Frau aus. Nein, du bist, Twig. Wir sind in Liebe. Nein, das ist glaube ich nicht. Wir sind in Liebe. Okay, nein, nein. Ich kann nicht gehen. Ich muss deine Freundin sein. Ich liebe dich nicht zu sein, aber es ist gefährlich. Ja. Ah, come on. Wie alt bist du? 16? Sorry. So, just leave. Unless. What else were you worried about? Ah, Skinder hat er nicht, Twig und O-Probleme. Vielleicht kann ich... Ja, ich glaube es nicht. Oh, yeah? How? Gute Frage. Du, Twig, ihr solltet euch trennen. Du und Twig, ihr solltet zusammenbleiben. Ist mir egal. Kommt einfach nach Hause. Ähm. Oh, my God. Just choose. Tränen. Yeah, how about you just let me handle this on my own? You already decided to become a weird alien killing expert. Don't strain yourself trying to be a dating expert too. Er hat dich gerade vorher absolviert. But you're kind of butting in, dweeb. Hey, only I can talk to them that way. And look, I'm sorry I dragged you out here. Really, I am. I know you didn't want to. But I just, I wanted to know for sure if, if we worked or not. Oh, yeah, it's cool. I forgive you. I just think, oh, oh, really? Even after forcing you to leave with me? Yeah. Okay, it's fine, yeah. Did you know I almost sold you out to the G3? Was? 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 Wird sich abknallen? What the fuck? Lizzie, wir gehen hier weg. Ja, gern. Wirklich? Du Arsch, kann ich dich abschießen? Mann. Oh, ich kann mich endlich wieder bewegen. Ich glaube, das wird dann... Ja, das ist nicht so gut. Das ist, das ist, das ist großartig. Das ist, das ist, das ist, das ist... Oh oh. Die große Aussprache. Das wird bestimmt super. Okay, okay, what if I were to tell you... ...but I'm the reason the G3 invaded Gatlas and enslaved our race? We'll be mad. I don't think I can get over it. Yeah, don't say that. You know what? It would really suck to hear you say that. Kenny, come on. That's not true, right? No, no, no. That would be impossible. Hey, you do it a bit. Okay, well, there's more to the story than just a... Oh, fuck. He's scrambling for words. It really is true. He really did cause the downfall of our civilization. Kenny, how? That doesn't even make sense. How could it be your fault? I left Gatlas before the G3 invaded. But how could that be possible? We didn't even have interstellar travel on Gatlas yet. I ran into an alien smuggler who crashed his ship on our planet, and I was going nowhere. And he took me with him on these adventures, and it was supposed to be, you know, this fun, awesome thing. But then we got mixed up doing the wrong job with the wrong crowd. Garmantius and the G3. And I accidentally led them right to Gatlas. It all happened so fast. I thought they killed Les Do It. I told him everything as I watched the light leave his eyes. I didn't know he was going to survive. You mean you didn't think you'd ever have to tell us the truth? No, no, no. That's not it. I... This is all sorts of fucked up, Kenny. I don't even know what to say. See? I'm not the biggest fuck up here. Not now, dude. Everyone, please. I'm sorry. I'm so sorry. I didn't know what I was doing. We're so close to taking down the G3. Let's just... Oh, okay. Let's just pretend you're not the reason everyone we know and love is dead, yeah? Sure. Easy. Done. What's next on the agenda? Forgive Garmantius, too? Come on. That's not fair. No, fight. I'm sure we can all figure this out. No, creature. He can't just drop that bomb on us and expect everything to be the same. I... I'm sorry. Look, I hate to be this guy, but we're running out of time. Nipulon may not stay where he is for long, so... I know things aren't... ideal, but, uh... Yeah, 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 yeah. We'll finish the job. And then you're out of our lives, Kenny. Come on, Sweezy. You don't mean that. Just pull yourselves together for this mission, at least. You're professionals. You're bounty hunters. Act like it. Mm-hmm. Fine. Okay, yeah. Gather everyone up. It's time to get back on track. Nipulon just flew back into his drug lounge on Port Terrain. So we got a strike now. Can you handle that? Ja, ich versuch's. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass die Waffen eventuell... eventuell streiken werden, jetzt nach der Nachrichter. Okay, Nipulon. Zahle aus dem Empfuhner. G3-Reiter der Abteilung Kundenkontakte. Erster Stellvertreter von Gamantus und einer der gefühltesten Mitglieder der G3. Er leitet eine dekadente illegale Drogenbar auf Port Terrain. Ah, Bar. Inder sich die kriminellen Spitzenkunden mit jedem beliebigen Alien berauschen... ...mit jedem beliebigen Alien berauschen können. Das klingt spaßig. Okay, alles klar. Ja, ich frage mich, wie lang's jetzt noch geht. Aber ich würde mal sagen, wir sind mindestens über die Hälfte drüber. Was, hier schon wieder? Ja? Kasper. Äh, du bist da! Was, hier auch immer, wenn ihr euch seid? Wir brauchen uns über die Haaren... ...in ein guter Weg! Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Wir müssen uns im Goop again. Das ist nicht so, wir müssen uns das. Aber ich glaube, wir müssen ein ganzes Mal machen. Wir müssen wir dauerunen zu 201 an den Saloon. Also, go da erstmal, bitte. Ahhh, nein, nein. Wack, nein, nein. Es ist auch für dich, Bounty Hunter. Ähm, moin. Und die wäre da. Oh, das ist so süß. Wow, das ist so nice of you. Da ist eine spezielle Flower da oben da, auf der anderen Seite der Tereen Ravine. Aber gut zu gehen da oben da, denn diese Ravine ist Tereen durch die Valle, wenn du das mal. Das verdammt Mac & Cheese, Brüder, dauert immer wieder die Brüder. Ich meine, wenn du sie für ihre Arbeit machen kannst, dann vielleicht wir können die Flower und save meine kleine Gooppa. Ich glaube, wir können das passieren. Keine Worte, aber wir machen viele wirklich verrückte Dinge all die Zeit und es meistens gut. Ähm, bespricht das Ganze im Saloon. Geht zur Westside von Old Town. Ja, wir gehen da mal raus. Wir probieren das mal mit der Medizin. Hey, you wanna see my Kenny-Impression? Huh? Um, 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 can you stop by the G3 headquarters real quick, so, so I can sell out all my friends? Wow. Hahaha. Wait, I can do one too. Oh, uh, nobody loves me and I suck. I'm a piece of shit. Äh, was wurde? Ach, die scheiß Viecher wieder. Mein Name ist Kenny. Oh, I'm sorry for what I did. I love you all very much. And I'll never do anything back again. Ever. Great work, everybody. I hope you've gotten all out of your system. Ach, komm, wir gehen einfach. Die sind nervig. Ah, da sind sie ja. Hey, 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 whoa, whoa, Buster. What are you doing walking on? This is a live construction site. Very dangerous. You can't hang around here unless you're a construction professional like one of us mac and cheese brothers are. Okay, so you're not leaving, are you? You're just fucking barging in. What do you want from us? We want to cross. Let us cross. Well, tough luck. You think you own the world? You want to get across the ravine? You got to wait for us mac and cheese brothers brothers to do our work. Yeah. Yep. Ah, that's a shame. There's really nothing we can do? No, sorry, pal. Listen, we got our own emotional shit right now. You know, we're on strike until Papa Mac and Cheese Brothers you know, he comes back from that goddamn saloon in Old Town and he tells us he loves us Mac and Cheese Brothers. Really? Ah, I'm sure he does. All right, listen, we just need to hear that he loves us. That's it. We ain't working until we find out, okay? Oh, man. Ja, okay. Dann machen wir das. Also ab. Ja, wenn du wüsstest. Ist das das Saloon? Ah, ja. Da. Wettt, dass der dann auch wieder irgendwas will. Oh, was zum. Servus. Geste. Du kommst mit. Cool. Oh, man, der kann nicht reden. Gott, das dürfte vermutlich eher hier sein. Hey, do you know Papa Mac and Cheese? Hey, you there? Yeah? I'll tell you what Papa Mac and Cheese is. If you do this guy. What? No, no. Please pick anybody but me, please. Sure, yeah. Why not? You know the rules. Stand five feet apart, count the tree, then draw. Last man standing, where's the fucking duel? Come on, man. I don't want to do this. Really? Come on, it'll be fucking fun. Go on, then. Get to your mark. Okay. Ich bin markieren, genau. Ach, die hier. Here we go, then. I'll count you down. Shoot each other on fucking draw, all right? All right, we got this. I believe in you. I think... One. Fucking draw. That's some quick trickery you got there, fuckface. Oh, how good I think you. No Das wird bestimmt nicht gut enden Ich schau mal ganz kurz nach oben Ob es da noch was hat Aber das Sieht nicht so aus Nope Okay Tschüss Kowski Ich glaub hier gibt's gleich einen Aufstand Hello Ich hab gleich die Nachricht für euch Ich probier's mal mit Lügen Ja Was zum Was zum Was zum Teufel Ich bin so froh Dass ich die ein bisschen gemacht hab So Wie geil Die Pussik dazu Oh Oh shit Da oben ist ne Kiste Okay Ich will da oben Irgendwie drauf Nein Oh Okay Einmal aufladen Nice Haben wir ja sonst Irgendwo ne Kiste Okay Ich muss hier weg Jetzt hab ich gar nicht den Text gelesen von Lissy Oh was zum Oh Okay Good point Okay Ab zum Schauschützen Nice Das ist jetzt meins So Äh Wo war der eigentlich Da vorne Ich wär gern mit Dir Moin Du bist sympathisch Moin Wow Wow You did it This will save my little Goopas life Thank you so much You're welcome We had to help our family out It was fun Okay Oh my god It's good as new You really saved his life I don't know how I could ever repay you Oh that's right He could shit his Goop all over you Ja Es sieht aber immer noch nicht so gut aus Aber Okay Naja Really Ja Dann Ach Das ist da draußen Okay Das heißt Ja Eigentlich nicht Cool Jetzt können wir die mal so beobachten Naja Okay Ähm Da vorne hin Kann ich doch jetzt einfach den Kristall kalaun Nachdem Sie mich ja nicht erkennen Ne Okay Das ist neu Das war vorher noch nicht da Gene Deine Nachrichterbegleiter Hat es auch nicht gelesen Das ist so wie Sieht schon irgendwie cool aus Das quellt man da so mit der Zunge Bei dem Bart und dem Mund hier Cool ist das Moment aber Kiste Nein Oh scheiße Das wäre gerade nichts Der Fail gewesen Ah sie ist meine Kiste Moin Okay Okay Das sieht ja Noch relativ Roman aus Eigentlich recht chillig Müssen wir jetzt hier anstehen Okay Okay Danke fürs vorbeilassen Aber da müsste man vielleicht mal ein bisschen sauber machen Wenn es hier ein Spa ist Warum habe ich das Gefühl Dass das hier eine Falle ist Das glaube ich nicht Das wäre doch zu einfach Die Musik ist schon mal nicht so gut Ah Cool Gäste Gäste Ja Ja Nein Die haben uns bereits erkannt Und damit rauchen sie die Menschen Das sind Ich werde mal nicht sagen An was mich die Arme erinnern Okay Ziemlich Ziemlich Abgefuckt Und was ist das da auf dem Oh nee Was ich da Oh ich kann mich gar nicht befreien Ähm Alle Die sind alle Stoned Hier Oh nee Was Gleich sechs Okay Das wäre echt interessant gewesen Was passiert wäre Wenn wir einfach so hier reingelaufen wären Ja wo ist es denn jetzt Ich mag dein Lächeln nicht Das ist Ja 100 pro Ja Volle Ey Da ist ja schon jemand Was passiert gerade Ich schließe das erstmal nicht Okay Doch Was das Howdy shit Was ist denn mit dir passiert Okay Jetzt ist Stress angesagt Fuck Wie sieg ich die Ja klar Dann sind sie auch nie weg Die Waffe ist so dämlich Aber macht so viel Spaß Okay Noch mehr Ja Ich Hör mal zum Mitnehmen Kommt mir der Wo ist der scheiß Vieh Komm her Nein Nein Andere Waffe So Super Danke Noch mehr Ja Da hinten Wir können die Menschen hier retten Alter Alter Wie viel denn noch Sind ja mal gut hier Noch mehr Ja Ja da hinten So Wo bist du Ah komm Bleib mal Da wo du bist Oh Direkt davor So Arsch Scharfschütze Wo Da oben Ja sind sie doch auch Bis auf die Scheiß Teleportationsdinger Mal Oder Da oben Okay, bitte, 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 bitte. So, wo ist der Scharfschütze? Wo ist der? Ach, da vorne. Okay, Menschen retten. Geht das jetzt? Hallo? Nice. Okay, wir werden natürlich alle retten. Hier haben wir auch noch einen. Waren das jetzt hier alle? Ich glaube, ja, oder? Wo müssen wir hin? Irgendwo hier hin? Wieder raus. Okay, dann gehen wir mal einen anderen Weg. Den da hinten. Ich meinte, ja genau, da habe ich ja noch welche gesehen. Okay, wir gehen jetzt hier einmal. Uh, Kiste. Allein schon dafür hat es es klont. Hello. Haben wir noch mehr Menschen? Was ist das sogar noch? Nee, ne? Bis jetzt alle weg sind. Okay, dann andere Richtung. Da ist kein Mensch mehr. Ah doch, hier. Be free, don't humans. Be free. Nice. Guck in der Kiste. Drei, vier. Ich kriege ganz gut Geld hier. Okay. Dann auf die andere Seite hier. Wie könnte die Monster nur so schnell verschwinden? Ich meine, die waren total massiv. Ah, das haben wir schon voll. Keine Menschen hier. Er ist noch hier. Hä, wo soll ich denn hingehen? Was willst du? Ah, wir können da oben ja noch den Kristall holen. Good thing you like running so much, huh? Yeah. Du kommst mit. Ich glaube, wir sollen da noch da oben. Wie komme ich da am blödsten rauf? Kann ich mich da einfach ein bisschen hoch machen? Nice. Okay, geil. Leider viel zu viele. Wow, ey. Wie ist das Arschlöschel wieder? Andere Waffe. So, keine Röde. Mach's mit. Nice. Ja, tut mir leid, dass es der Erste ist. Oh, was zum... Okay. Weiter auf. Bringt mir das was? Ah, ich kann vielleicht hier drauf. Ah, hier auf. Nein. Auf. Gut. Weiter geht's. Ah, einmal hier rüber. Ah. Also, fürs Level der Seite definitiv. Ne, eins hier. Für meine Schießkills. Ne, fünf. Gut. Willst du das hier auf? Ne. Wo oben ist die nächste Kiste. Äh... Ah, okay. Andere Waffe. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Wollen wir bis jetzt mal tot? Dankeschön. Okay. Ich glaub, das war's. Einmal befreien. We're almost in Ipulon. I, I, I can feel it. Okay. Wir sind aber schon wieder bei 40 Minuten. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Episode. Also, übermorgen. Aber wenn ihr es gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Bleibt's gesund und bis bald. Ciao. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.